Durch die Lektion 336 werden wir erinnert, die Vergebung lässt mich erkennen, dass Geister verbunden sind. Ein sehr wichtiges Thema und das meistens außer Acht gelassen wird, weil wir nicht hinschauen wollen, dass Geister verbunden sind. Aber wir können es in jedem Augenblick bemerken. In Kapitel 27, die Heilung des Traumes. Jetzt legt der Heilige Geist in die Hände, die seine Berührung sanft gemacht hat. Das Bild von einem anderen Du. Es ist noch immer das Bild eines Körpers. Denn was Du wirklich bist, kann weder gesehen noch abgebildet werden. Dieses jedoch ist nicht zum Zweck des Angriffs verwendet worden und hat deshalb noch niemals Schmerz erlitten. Es legt Zeugnis ab für die ewige Wahrheit, dass Du nicht verletzt werden kannst und weist über sich hinaus sowohl zu Deiner wie auch seiner Unschuld. Zeig dieses Deinem Bruder, der sehen wird, dass jede Narbe abgeheilt und jede Träne in Lachen und in Liebe abgewischt ist. Und er wird dort auf seine Vergebung mit geheilten Augen über sie hinaus zur Unschuld schauen, die er in Dir erblickt. Hier ist der Beweis, dass er niemals gesündigt hat, dass nichts, was ihn seine Verrücktheit tun hieß, jemals getan worden ist oder je irgendeine Art von Wirkungen hatte. Dass kein Vorwurf, den er seinem Herzen auferlegte, jemals gerechtfertigt war und dass kein Angriff ihn je mit vergifteten und gnadenlosen Stachel der Angst berühren kann. Hier wird von Deinem Anderen Du gesprochen, das durch die Vergebung offenbar wird. Sobald wir Vergebung praktizieren, wird dieses Andere Du in Deinem bisherigen Anderen wachgerufen, so wie in Dir. Und Du siehst, dass wir vollkommen geheilt sind, dass alle Tränen abgewischt wurden und dass eine Freude der Ganzheit uns durchzieht. Wenn Du beginnst, die Vergebung zu praktizieren, steht diese Vergebung einem jeden zur Verfügung, weil Geister verbunden sind. Und wie wir gestern gesehen haben, wenn ich den Anderen in seiner Ganzheit sehe, werde ich diese in mir erkennen. Aber ich wollte ihn bisher in seinen Fehlern und in seiner Sünde und in seinem Schmerz und in seiner Krankheit sehen, damit ich diese in mir sehe. Und also wird meine Vergebung die Krankheit in seinem Geist heilen, den Schmerz, das Leiden, den Mangel. Aber wenn ich immer wieder kontinuierlich auf meine Projektion schaue, muss ich sie in mir erfahren. Siehst Du, es ist doch wahr. Mein Partner ist krank. Meine Kinder sind so und so. Und wir glauben tatsächlich, dass dies so ist und jetzt müssen wir das vergeben. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Es ist nicht so, wie wir es sehen. Es ist nicht so, dass der Partner krank ist. Es ist nicht so, dass die Kinder so und so sind und die Welt und die Politik. Du willst es genau so sehen. Als Deine Illusion. Und was ist Vergebung? Es ist nie geschehen. Und hierin beginnen wir zu uns zu erfreuen. Hierin beginnen wir zu lachen. Hierin beginnen wir zu tanzen. Es ist nicht geschehen. Dein Bruder kann keine Sünde, kann keine Krankheit, kann keinen Schmerz, kann keinen Mangel und irgendwelchen Leiden in sich tragen. Und Deine Vergebung wird es Dir zeigen. Geister sind verbunden. Und Du kannst die Geister dieser Welt in die vollkommene Heilung führen. Und nur der Geist braucht Heilung. Niemals. Niemals der Körper. Das kann ziemlich frappierend, schockierend sein. Ich dachte bisher immer, die Situation ist so. Und ich muss die Situation vergeben. Nein. Die Situation ist so, weil ich sie so haben will. Und ich suche mir immer die gleichen Männer, die gleichen Frauen, die gleichen Eltern und so weiter, um meine energetische Signatur, um meine Welt, um meine Formwelt zu definieren und mich darin wieder zu finden und zu erkennen, dass ich dieses eine kleine Selbst bin. Dieser kleine Menschenkörper. Mikroskopisch klein. Unsichtbar im Verhältnis zur Größe dieses Universums. Aber ganz wichtig natürlich, in meinem Schmerz, in meinen Sorgen. Und die Vergebung wird uns zeigen, dass dies einfach nur eine Illusion ist. Wie sehr bist du bereit, im Anderen keine Schuld, keine Sündenlosigkeit und keine Krankheit und keinen Mangel mehr zu sehen? Das ist eine Frage an dich. Wie sehr haftest du noch an der Idee, dies ist so, dies ist eine Realität, die ich erkannt habe. Solange du deine Beziehung auf irgendeine Art interpretierst oder definierst und der Andere es nicht genau gleich sehen kann, muss es eine Illusion sein. Denn die Wahrheit ist für jeden gleich. Und die Wahrheit finden wir nur im Geiste durch Vergebung. Es muss eine Illusion sein und wir wissen, dass keiner von uns die Welt so sehen kann, wie du sie siehst. Du kannst zwar mit deinem Partner, mit dem du schon 150 Jahre verheiratet bist, mit dem kannst du auf einer Urlaubsinsel sein, er sieht es dennoch anders. Obwohl ihr euch in Übereinstimmung findet, dass dieser Sonnenuntergang schön ist, er sieht einen anderen Sonnenuntergang wie du. Und wenn er über ein Problem spricht, sieht er das Problem anders wie du. Er kann dir nicht zu 100% übereinstimmen. Also muss es eine Illusion sein. Und es spielt überhaupt keine Rolle, über was er spricht. Es spielt überhaupt keine Rolle, was er anschaut. Du kannst sogar einen Verein gründen. Und selbst in diesem Verein gibt es unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Interpretationen, obwohl sich alle mit demselben Thema beschäftigen. Und das muss, wenn wir ein bisschen Vernunft hineinbringen in unser Denken und in unsere Wahrnehmung und unsere Welt, das muss uns langsam einleuchten. Aber unser bockiges Festhalten und die Definition an diesen Dingen, von denen wir glauben, dass sie wahr sind, hält uns in Gefangenschaft und fesselt uns an diese Welt. Und nur die Vergebung befreit uns davon. Das sollte offensichtlich sein. Und die Vergebung lässt uns erkennen, dass wir verbunden sind. Du und ich, wir sind Spirit. Wir sind Geist. Und wir sind in diesem Geist miteinander verbunden. Aber was kann denn überhaupt passieren, wenn wir uns auf die Form definieren? Ich kann nur die Form sehen. Aber du und ich, wir sind nicht die Form. Und durch die Vergebung schauen wir, wir scheinen immer noch die Form wahrzunehmen, aber wir schauen sanft darüber hinweg. Dann schaust du nicht mehr auf das Leiden des Anderen. Dann schaust du nicht mehr auf den Schmerz und die Sorgen des Anderen, weil du diese in dir nicht mehr erfahren möchtest. Du lässt die Vergebung darauf ruhen. Die Vergebung darauf ruhen zu lassen, bedeutet, ich beschäftige mich nicht mehr, ich konzentriere mich nicht mehr auf die Formebene und beschäftige mich nicht mehr damit. Und dann bin ich im Mitgefühl, in einem tiefen Mitgefühl und nicht im Mitleid. Leiden hat der Andere schon genug und du auch. Denn das Leid, das du im Anderen siehst, ist auch das Deine und der Schmerz und die Geschichten. Wir sehen, und dann beginnt die Form mehr und mehr aus sich, aus unserem Geist zu lösen, weil ich den Schmerz nicht mehr erfahren will. Ich möchte die Krankheit nicht mehr erfahren. Und noch einmal, solange ich sie in dir sehe, mache ich sie in mir wahr. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo zu jemandem, der krank ist, der vielleicht schon Monate im Krankenhaus liegt oder auf seinem Krankenbett und du hast diese Krankheit in deinem Geist geheilt. Und du gehst mit diesem geheilten Geist, du stattest diesem in deinem geheilten Geist einen Besuch ab und du sitzt einfach nur bei dieser Person, hältst dir vielleicht die Hand, schaust über den Körper hinaus und siehst ihre Ganzheit. Was wird jetzt wohl passieren? Das Wunder der Vergebung wird geschehen und die Person wie du werdet euch im geheilten Geist erkennen und nicht mehr in den Geschichten, die ihr euch erzählt und für die ihr euch definiert hat, sie zu erzählen, um die Welt der Trennung aufrecht zu erhalten. Werde du reinen Geistes, damit du den reinen Geist im Anderen erkennst und ihr somit gemeinsam erwacht. Du bist einfach nur still, schaust über die Form hinweg und siehst den Christus. Du entscheidest dich, du entwickelst den Willen in dir, den Christus zu sehen. So wie du bisher den Willen entwickelt hast und dieser zur Gewohnheit wurde, den Schmerz und die Krankheit zu sehen, entwickelst du jetzt den Willen, die Ganzheit zu erblicken, die Vollkommenheit, die Makellosigkeit. Da ist kein Fehler, da ist kein Schmerz, da ist keine Krankheit. Und dann beginnt ihr gemeinsam zu lächeln und die Tränen werden hinweggewischt und der Schmerz wird geheilt und die Sorgen schwinden dahin. Das alles erwartet dich, wenn du die Vergebung praktizierst, wie zum Beispiel gestern empfohlen, wenn du die Heilung praktizierst, wenn du die Vollkommenheit praktizierst. Das ist es, warum wir hierher gekommen sind. Du bist das Licht der Welt, du bist ein Botschafter Gottes. Kann ein Botschafter Gottes sich noch die alten Geschichten von Schmerz und Leid und Mangel und Krankheit erzählen? Bist du ein Botschafter Gottes, wenn du dies immer wieder wahr machst und in deine Wirklichkeit rufst, in dein Spiegelkabinett, in deine private Welt? Es ist nicht hilfreich, wenn du die Trennung des Anderen unterstützt, wenn du die Sorgen des Anderen unterschützt, die Eifersucht, das Leid. Das ist nicht hilfreich. Wahrlich hilfreich ist heute, hier und jetzt, die Vergebung ruhen zu lassen. Und du musst, das sei noch angemerkt, den Anderen nicht einmal in seinem Krankenbett besuchen. Es ist hilfreich, aber du musst es nicht. Du kannst auch die Heilung auf 10.000 Kilometer Entfernung herbeiführen. Geister sind verbunden. Es gibt keine Distanz. 10.000 Kilometer ist nur eine Idee in Zeit und Raum. Diese Zeit und diesen Raum, das gibt es nicht. Also lass dich nicht durch irgendwelche Distanzen, die du gemacht hast, nicht irritieren. Es gibt keine Zeit, es gibt keinen Raum. Geister sind jetzt verbunden. Ist es nicht eine wunderbare Nachricht? Du Heiler Gottes. Und hier kommt wieder in Erinnerung Heiler, heile dich selbst. Du bist der Heiler dieser Welt. Du bist das Licht dieser Welt. Du bist der Lichtbringer. Ja, lass dieses Andere in dir erblühen. Und im Anderen. Es erblüht in dir, wenn du es in deinem heiligen Freund siehst. Und dann siehst du, es gibt keinen Anderen. Es gibt das nur das Wir. Und in diesem Wir unterstützen wir unser Erwachen. Ich möchte dein Erwachen unterstützen und nicht mehr unsere Trennung. Ich möchte unser Licht hereinbringen und nicht mehr unsere Dunkelheit. Unsere Dunkelheit haben wir jetzt Jahrtausende angebetet. Wir haben die Dunkelheit zu unserem Gott gemacht. Doch jetzt wissen wir, dass Gott Licht ist. Und du bist Licht. Aber ich kann doch nicht Licht finden, wenn ich noch nach der Dunkelheit suche. Und du wirst die Dunkelheit finden, wenn du nach ihr suchst. Du wirst sie ohne weiteres finden. Und unsere Wahrnehmung sagt uns auf vielfältige Weise, dass wir getrennte Wesen sind. Das ist ja klar. Das sollten wir inzwischen begriffen haben. Vergebung öffnet den Weg in eine Erfahrung, die uns über unsere bisherige Wahrnehmung hinausführt und uns die zugrunde liegende Einheit zeigt, in der wir uns nach wie vor befinden, die meine Wahrnehmung, meine bisherige Wahrnehmung nicht sehen konnte. Meine bisherige Wahrnehmung war darauf fokussiert, die Geschichte des Anderen, das heißt, meine Geschichte, Geister sind verbunden, immer wieder in meiner Idee von Welt wahrzumachen. Abgefahren. Ich weiß. Und dennoch, guck doch hin, wie hilfreich diese Botschaft ist. Guck doch hin, was du durch die Praxis der Vergebung in dir und somit in der ganzen Welt verwirklichen kannst. Und ich rufe dir nochmals zu, du bist das Licht der Welt, deshalb mache dieses zentrale Thema in dir wahr. In dir. durch Vergebung, durch die Praxis der Vergebung, durch die Praxis der Heilung, durch die Praxis des Lichtes. Die Vergebung lässt mich erkennen, dass Geister verbunden sind. Die Vergebung ist das Mittel, das zur Beendigung der Wahrnehmung bestimmt ist. Die Erkenntnis ist wiederhergestellt, nachdem die Wahrnehmung zuerst verändert wird und dann dem völlig weicht, was ewig weit jenseits ihrer höchsten Reichweite bleibt. Denn Anblicke und Geräusche können bestenfalls dazu dienen, die Erinnerung an das wieder wach zu rufen, was jenseits ihrer Aller liegt. Die Vergebung legt Verzerrungen hinweg und öffnet den versteckten Altar der Wahrheit, dessen Lilien leuchten in den Geist und rufen ihn, zurückzukehren und nach innen zu schauen, um das zu finden, was er vergeblich außen suchte. Denn hier und nur hier wird der Geistesfrieden wiederhergestellt, weil hier die Wohnstadt Gottes selbst ist. Wo findest du die Wohnstadt Gottes? Wo findest du den Tempel Gottes? Wo ist das, wonach du suchst? Und wie wirst du es finden? Durch die Praxis der Vergebung. Das ist offensichtlich, das ist klar und erst wenn wir erkennen, dass wir das Geister verbunden sind, wird die Vergebung zu ihrer Gänze erfahren. Still möge die Vergebung meine Träume von Trennung und von Sünde hinwegwischen. Und dann, Vater, lass mich nach innen schauen und feststellen, dass dein Versprechen meiner Sündenlosigkeit gehalten ist. Dein Wort in meinem Geiste unverändert bleibt und deine Liebe nach wie vor in meinem Herzen weilt. Still möge die Vergebung meine Träume von Trennung, von Krankheit, von Mangel, von Leiden, von Schmerz, von Sorgen hinwegwischen. Danke. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe-Majestätisch-Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser Säge 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 Säge